Norddeutscher Rundfunk 2021 Hallo, du mit dem Rollkoffer. Ja, kommen Sie doch mal näher. Ui, Sie haben ja ganz schön Puls. Da geht ja selbst mein Blutdruck hoch. Männer mit Bauch haben am meisten Sex. Was glaubst du warum? Was glaubst du warum? Mir kommt grade in den Kopf, ich brauch mehr Bauch. Zucchini oder Paprika. Das kann beides die Sehkraft stärken. Ja, du bist ja ein freches Gemüse. Willst du vielleicht mit deiner Mama und mir zusammen hier im Grünen ein bisschen grillen? Ich schenke dir auch ganz viele Vitamine. Das heißt, du glaubst, der Mythos ist wahr? Ja. Schauen Sie sich zum Beispiel mal unser Pigmentiergerät an, der ReSoft Liner Ultima. Das ist ein absolutes Hightech-Gerät, das wird alles über einen Touchscreen gesteuert. Das Gerät an sich können Sie bei uns auch mal testen, in die Hand nehmen und schauen, wie toll sich damit pigmentieren lässt. Ich glaub, jetzt kommt gerade eine Prise auf. Leer irgendwo mit. Adrenalin pur, wir sind hier auf Gran Canaria am Playa de Inglés und schaut mal da runter. Boah, ist das der absolute Wahnsinn, oder? Auch abgefahren. Geht zu der Venus und fragt die Leute nach ihren Liebesgeschichten. Wie war dein letzter Liebeskummer? Ich kann mich nicht erinnern, wann ich meinen letzten Liebeskummer hatte. Weil du nie verliebt warst, oder? Ja. Warte mal, da klatscht irgendwas im Hintergrund. Ach, da wird gerade jemand ausgepeitscht. Okay, gut. Mein Deutsch ist auch schrecklich. Mein Deutsch ist auch schrecklich. Perfekt! Das reicht auch für heute. Euer Christian. Ist doch so schön. Das geht ja.